Im Sarntal hat sich bis heute eine bemerkenswert reichhaltige Fülle an gelebtem bäuerlichen Brauchtum und Tradition erhalten. Das Sarntal ist bekannt für die bodenständig gelebte Bergbauernkultur sowie für die Herzhaftigkeit und Geselligkeit seiner Bewohner. Ein liebevoll gestaltetes Porträt des Sarntals, das neben traditioneller Küche, typischer Saarner Mundart, Tracht und Handwerk, kunsthistorische Schätze, Einblicke hinter sonst verschlossene Türen und nicht zuletzt Mystisches zeigt. Im Sarntal, Kleinod in den Südtiroler Bergen. Ein Film von Armin Wiedner. Ein Film von Armin Wiedner